hallo und herzlich willkommen bei red of gamble red of gamble ich bin jetzt immer noch hinweilung das geht noch nächste woche auch noch so weiter und wir spielen br ranking ich möchte ja probieren in der master league reinzukommen ich glaube zwar nicht dass sie so weit kommen aber vielleicht werde ich in der hero league noch ein bisschen besser also viel spaß okay wenn es so kommt wie wir alles geplant haben dann wäre ich jetzt gestern in surabaya gelandet und wir würden heute auf dem weg zum vulkan sein eine minute so und beim vulkan wenn wir dann hochgehen den sonnenaufgang dann uns begutachten sag ich jetzt mal und dann werden wir das blaue feuer sehen es gibt nur zwei vulkan auf der welt bei denen das so ist ich glaube eine war in island und einmal in indonesien oh das sah schön aus also einer island einer indonesien und ich bin mal gespannt wie es da wird wenn ihr mehr davon sehen wollt dann müsste auf meinen youtube kanal kommen red dog flock denn da werde ich die ganzen sachen dann zeit vorausgesetzt ich habe es gefilmt aber ich denke mal schon haben wir uns extra noch eine streicherkarte gekauft für den ausflug aber jetzt sind wir erstmal hier beim spiel und bislang habe ich meine lieblingswaffen noch nicht gefunden jetzt habe ich mit dieser waffe gerade mit meiner lieblingswaffe gerade verloren im finale sage ich jetzt mal bei dem br ich mache ja auch immer das br für tiktok tiktok das ist ne ne lieblingswaffe gibt es heute nicht schade ne 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 und die sind sind auch manchmal paar Sachen. Eine AK, AK AK und G36. Dann bleiben wir hier mit der, wie heißt die, mit dem Klingfisch und bei der MX8 war das? Oder ist das ein B8? Schauen wir mal. XM8, so rum war das, nicht MX8. Meine Tasche ist doch nicht mal halb voll. Das ist gut. Schauen wir hier mal nach. Bogen schießt jemand. Auf mich? Ah ne. Muss nicht mal weglaufen. Das ist schon da und Oh. Da ist ein Fest. Machen wir die auch nochmal schnell. Okay. Okay, gehen. So. Die Sporthalle oben. Die ist doch... Im Radar drinnen. Die anderen Sachen alle nicht. Kommt da einer. Aber ich renne sehr ungern in der Sporthalle mal rein. Ne, wie soll ich das da nehmen? Das kleine Haus. Weil Sporthalle so groß ist. Und da ich ja schon alles habe. Und da ich ja schon alles habe. Also sprich mit alles. Nahrkraftwaffe. Obwohl ich mit der eigentlich so gut wie nie kämpfe. Ich bin kein zweiter Weg. Blobbelach. Loslassen. Ja. Schiff. I bin ein Segen. Ich bin ein Segen. Wenn Ihr's geschlagen. Ich bin ein Segen. Ich bin ein Segen. Drei. Drei. Rampage! Oh, kein Schuss mehr. Das ist schlecht. Woi, 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 woi! Der wollte mich erschießen, die Sau. Oh, kein Schuss mehr. Oh, ja. Oh, nice. Das sieht schon mal sehr gut für mich jetzt aus, sag ich mal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein, Rainer. Jawohl. So, dann schauen wir mal. Bin ich aufgestiegen? Jawohl. Vierter Stern. Einen Stern gibt's noch. Aber, das wird ziemlich schwer werden. Egal. Noch eine dieser Runden. Also, es wird sehr schwer. Ähm. Und daher würde ich mal sagen, wir gehen, glaube ich, nicht dahin, oder? Ah, doch, komm. Dann sehen wir gleich am Anfang. Ob wir gut sind, oder nicht. Ne? War mal so. So. Ich bin gespannt. Und die Spieler. Ich bin nicht gerankt unter den ersten dreien. Als bester Spieler. Also, es wird hart. War ja endlich eine Herausforderung. So, sag mal, schon ein bisschen EP. EP ist auch immer gut. Wichtig. Und was für Waffen habe ich? Ein UMP. Lopper mit der Armfußdruck. So, UMP ausgerüstet. Auch ein Rucksack. Wichtig, wichtig. Wo ist der Rucksack? Da hinten. 52 Meter entfernt. Da bin ich immer noch die anderen Sachen hier mit. Kein Spieler hier. Oh, das ist nice. Da ist der Rucksack. Der kleine. Ach. War der falsche Rucksack. Bin zu weit gelaufen. Aber es ist doch gleicher Rucksack da, ja. Bringt das nichts. Jetzt brauche ich noch Level 3 Rucksack. Wird mir keiner angezeigt. Schade, schade, schade. Der ist schon da. Level 3. So. Schon mal gut ausgerüstet. Oh. Oh, 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 oh. Ui. Nehmen wir die hier. Einmal. Ha. Oh, und hier ist mein Lieblingsnahrwaffe. Nahrkampfwaffe. Mit der habe ich zwar verloren. War ich fast weit weg vom Gegner. Aber was soll's. Im Hauskampf ist die richtig gut. Bin ich zumindest. Bin ich nicht nur auf der Gegend zurück ausgeren. Ich bin ja nicht nur auf der Gegend gewesen. Ich bin ja nicht nur auf der Gegend. Aber es soll sie sich gleich. Oh, ich bin ja auch in der Gegend. Hurry, ich bin ja nicht. Nu dass ich selber weg kann. Ich bin ja nicht nur auf der Gegend. provech. ich habe jetzt alles ausgerüstet Schauen was ich da Müll bei mir rumschleppe SMG Munizium brauche ich nicht ok das ist noch ein Sunny Kasten aber eigentlich brauche ich den auch nicht alles voll mit Sunny eine Winnet habe ich mitgenommen Granate G36 Ah Oh wieder was ausgerüstet da sind noch Rüstungsgegenstände Visierbräunig Ach der blaue Kreis ist ja schon wechsel ich gerade wie lang ist denn schon weg ich hoffe ich muss mal aufs Toilette aber ich kann nicht ich 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 Ah, ich denke mal, ich kann sie auch nicht mal weiter aufrüsten, meine Sachen. Ich denke mal, ich habe schon alles. Ich kann zwar noch alles abgrasen, weil hier keiner ist, außer ich. Ah, jetzt muss ich sowieso rüber. Ah, jetzt muss ich sowieso. Ich nehme gleich hier diese Bahn. Ja, jetzt muss ich das. Ja, jetzt muss ich das. Ich kann das. mensch, was ist denn das? oh, geht auch. schwere geburt. so Oh, ist ein Spieler, ja. Okay. Seht, ist er. Jawohl. das war gut obwohl so viel spiel dabei waren und ich habe gewonnen aber ich glaube ich habe nur den einspieler ein ding gehabt so dann war es das für heute für mich dann sag ich war dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nicht dabei seid bis da wird euch viel spaß und auf Wiedersehen